und geht es wohl richtig nett von dir danke schön ich bin mal wieder wissenschaftler gibt es mal dass ich da jetzt wieder rauskommen ohne dass mich irgendjemand hier sieht da ist ja schon einer jetzt jetzt doof ja hallo könnte man mal bitte weggehen nene ich gehöre zu euch nein 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 das ist ja auch kein wunderschön das ist ja auch kein wunderschön Ich hab doch nicht geworfen. Haben die eine Granate geworfen und sich selber nicht okay? Oh. Alter, wie dreckig, ey. Wartet vor allem noch, bis ich tatsächlich herkomme. Ah, nur. Gab's dann nicht eigentlich ein Trefferboot oder so? Ah, das tut verloren. Das tut. Ich hab echt gesucht, oder? Alter, was geht da die ganze Zeit in die Luft? Ah, ich bin schon hinterbrochen. Alter. Ja, das tut mir nicht. Ja, ich hab das gemacht. Alter, das tut mir leid. Alter. 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 Also machen wir hier mal, ähm, ja, tarnen wir uns halt. So. So, tschüss. Ich bin noch nie Freund davon. Was ist denn auf dich? Ich muss hier wieder aufhören. Hallo. Ach, okay. Nein. Alter, war gesetzt. Er hat halt warten müssen. Du, eine Spinne. Was ist das? Nein, da ist schon. Okay, weg. Ja, der geht. Ich such doch noch. Ja, sorry, Mensch, ich suche meinen Sch... Ja. Sorry, das ist alles nicht meine Spinne. Tschüss. Tschüss. Nee, ich halt. Man glaubt auch mein Spin. Ah nö, das ist doch bald hin. Ja. Chips. Äh, yes. Ja, ähm... Heilung. Ich hab... Aua. Aua. Ne Schusswunde. Äh, ja. Schön. Schlimme Schnittwunde. Machen wir mal zu da... Wieso haben wir hier oben eigentlich eine Hausnummer? Das ist doch... Hä? Versteh ich nicht. Hallo. Haben wir jetzt nicht irgendwie Schalldämpfe aufgenommen? Rucksack. Rucksack. Oh. Ah. Ah. Ah... HQ. This is HQ! Patrol here. We lost sight of the enemy. Commensen alert formation. es er macht auch alles wirklich macht wirklich alles kaputt das ist die auskommen guck mal ist ja süß was wo sei alter ist er gerade gegen den Zaun gejumped ich habe gegen den Zaun gesprungen und es ist nichts passiert hi ja ich bin ja nicht so schnell davon ich habe anstecken lassen ja 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 alles gut tschau machts gut ja 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 das ist überhaupt kein Problem hier und Vergiftet So Mit Sicherheit Alter, selbst im Kölner Zoo gibt es besser Er 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 Der Angst! Der Angst! Ich sehe es! Der Angst! Die sind aber schnell. Also die Kämpfe sind nun mal recht... Nein, sind sie nicht. So einfach sind sie nämlich nicht. Ich ziehe jetzt bloß gerade recht schnell durch. Wo ist es? Hier. Die Frage ist, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich suche mal Bärenfalle. Von hier? Da muss ich in die Richtung. Hier gehts zurück in den Bunker. Ja, gehts auch. Wer ist das? Und auf ein neues. Wieder zurück. Schuss! Wie viel haben wir denn hier? Ja, das machen wir klar. Zwei. Was ist das? Radio, we need backup. Untertitelung des ZDF! ja alle was ist da komm ich mal wieder nicht hoch Schalldämpfer für die Betäubungswaffe, warum nicht nehmen wir es denn noch mit so was haben wir hier noch Malung, Wüste so und jetzt geht es hier weiter nachdem wir das Zeug dann noch mitgenommen haben einmal das, einmal das so hallo ist da jemand hallo was ist denn jetzt schon wieder so Dr. Sokolov is here, too. Is he all right? He's fine. Right now he's busy putting the finishing touches on the Shagohad. Good. That means they haven't killed him. Not yet, anyway. But you better hurry. They've already finished the Phase 2 tests. Once the final preparations are complete, they'll have no more use for him. The Colonel won't have any qualms about killing him if he thinks the CIA is closing in. Eva, you can't let Sokolov out of your sight. I know. Oh. Snake, do you know where Groznygrad is? Granin told me that I should be able to get there from the mountains to the north, through an underground tunnel. Granin told you? Yeah. He even gave me the key to the warehouse. Why? Because he was drunk, I guess. You've got to be kidding me. Hell if I know. Snake, there's one problem with that route. What problem? The mountain entrance to the underground tunnel that leads to the fortress is sealed. You need a key to get in. A key? What about the key Granin gave me? That key won't work. But don't worry. I'll figure something out. I have an idea. There are some ruins at the top of the mountains. Meet me there. The top of the mountains. Got it. Wait. There's something else I've got to tell you. Now what? I heard that one of the Cobras is waiting for you in the jungle at the foot of the mountains. He's a legendary sniper called The End. Yeah. I've seen him before. That ridiculously old guy, right? Don't underestimate him. He's known as the father of modern sniping. Is he alone? No spotter? None. He's all by himself. Apparently he doesn't need a spotter. You can't be serious. The entire forest is on his side. The forest? Stay alert. Yeah. I'd hate to have it be the end for me. Ui, ui, ui. Dann werden wir jetzt gleich Bekanntschaft mit The End machen. Das ist ja schön und wir haben noch nicht mal einen Schaumschützengemäher. Das ist noch besser. Das werden wir alles finden hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin hier damit doch gerade. Wie doof. Ist aber schön, dass ich tatsächlich noch Profäen beim Ende der Himmel. Ich dachte, ich hätte hier schon alles. Wie soll ich denn besiegen ohne Schaumschützengewehr? Okay. Danke schön. Okay. Ich Couple.